hallo und herzlich willkommen zurück zu ok wir haben hier dieses ding gebaut da kann ich machen reise später eisenbarren schweres schittin kann ich machen aber ich kann damit nix produzieren okay also ich brauche wahrscheinlich dass hier die schmiede kann ich die da hinsetzen oder mir fehlt den holz den steinziegel ein fasergarn und fünf tonmörtel war da fünf tonmörtel war aber bewahrt leckt hier so nicht denn er ich brauche fasergarn und tonmörtel moment mal ich muss mal gucken was hier falsch läuft okay scheint wieder zu gehen ich brauche tonmörtel wie das ja nur essen drin mann wo ich denn das hingepackt das ist wenn man nur alle paar tage spielt ne tonmörtel habe ich ein siegen die brauche ich auf jeden fall so ein ziegel da ist kein tonmörtel drin auch nicht holz brauchte ich nehme wort raus das ist die gleich kiste wie da komischerweise was liegt denn hier so also bitte wo ist mein tonmörtel ging doch letztens ohne witz ich habe ton ein bisschen dann habe ich hier noch tonmörtel neun stück wird das reichen ich weiß es nicht muss ich jetzt die grafik runter sitzen oder nicht ich guck mal ihm schwierig müsste jetzt runter gehen auf mittel grafik einstellungen warum ich habe davor immer auf ultra gespielt das schon ein bisschen doof okay was wollte ich bauen das denken okay was fehlt mir ein faser gar kein faser gar nicht da machen mit dem zeug ist nicht am meisten aber gar nicht raus aber sie in frau waren und dann kann ich ja auch nicht bauen da ist das ding okay okay so was kann ich machen ja ich kann viel machen wenn ich jetzt meine dinge noch mal finden würde mein reisen dann wäre das recht gut was passieren eigentlich nicht so so dann 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 da haben wir nichts mehr drin so aus dem type okay hier vielleicht so aus dem type nehme ich auch nicht äh müsste so passen ok nie aber gar an abseide ok nee warte brauche ich gar nicht ähm was brauchte ich warte das würde raus ach man links geht das war das ding ok dahin vorsehen type alles gut okay ich habe hier steine ja aber und da ist meine meine eisenbahn ok ok was kann ich bauen bitte lass mich was bauen können äh äh ja eisenbahn ok fasern harz verfeinertes holz jam 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 was würde dann am meisten sinn machen ach man nee brauche ich so viel eisen ok für eisen brauche ich holzkohle hier ändern das holz hm was baue ich denn äh als äh das was wäre denn ja wichtig eisen schwert warte mal klingenschaden 24 bis 33 das ding macht ne das ding macht klingenschaden 20 bis 30 ok das macht äh nicht schittin spiel heisen schwert macht 24 bis 33 das macht 20 bis 30 ok also ich brauche auf jeden fall erfahrern habe ich ein paar harz stimmt noch wenn du das holz das wird wahrscheinlich zum problem also verfeinertes holz ja schon mal ja feiner das holz da ist nix warte da ist nix dran hier nein ist nix dran hier auch nicht oder ne ich muss immer daneben gucken äh nicht äh ja nehmen wir das mit raus ok dann dann so und holz natürlich auch verfeinertes holz auf jeden fall so ne blütenbleiben da braucht man nicht ähm bä 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 das brauche ich nicht ja wohl auch nicht ja wohl auch nicht ach samen ähm ich habe keine samen mehr habe ich die da reingepackt natürlich nicht hier ist nur essen drin ne samen brauche ich ok uhrzeit mhm morgens in der frühe ne samen 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 ne ne samen zurück samen bekomme ich man glaube ich will das ding kaputt schlagen und ab zwei sind zwei sind nicht so gut mittlere maustaste spam hey 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 was kommt jetzt lass mich in ruhe zwei ich will hat das mal selber warum rennt ich will doch nur das wegmachen aber er läuft automatisch vorwärts hä was ist denn hier falsch hallo guck mal achso äh falsches Werkzeug ne das ist die Axt ok ähm ich brauche eine andere Axt wo sie hin wo sie hin ich habe keine normale Axt äh das ist doof das ist äh richtig doof warte da muss ich nochmal hoch ok ok so äh meine normale Axt ist die hin ne 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 ich mich ein besseres Beil warte mal warte mal warte mal warte mal da ähm Feuerstein Beil ne geht es nur da drin ne 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 Axt ok nix Beil Axt halt ne ok Uhrzeit ja geht noch geht er noch aus ho ne 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 tschüss dann du auch noch ich kann mir ja für essen benutzen recht gut ihr könnt mir doch nichts mehr ich kann mir gar nichts mehr ich hätte jetzt gerne damals geklopft was gibt es hier nicht ernst was wäre ich denn raus tschuldigung ja was werfe ich da raus hier ist das da liegen saaten rum okay dann würde ich mal die blütten der da rausschmeißen dann geht nicht also ich muss das mit steuerung raus wenn würde gerne die daten aufnehmen genau ich brauch saaten egal ob das inventar jetzt voll ist er nimmt halt nur noch saaten auf das gut was das ist das auch saaten naja grinding ohne ende ja holz hatte ich ne bitte nur noch die saaten auto ab lasst mich junge junge ich habe ein bisschen saaten gekriegt noch mal nach hause wo ist der einstieg mich da hoch gerade so alles gut ich hin dann mal hoch upsala da muss ich jetzt hochfahren okay ja ja nein aufzug rufen wo bleibt da alle lüchen da kommt da wurde der schneller zuvor echt lange gedauert jura jetzt geht es schneller ich gut okay ich würde gerne nach oben auf den baum ich mag das ich mag es unheimlich okay wir haben saaten samen ist halt blöd übersetzt wir haben samen mit denen können wir das holz machen um also ich kann langfall bauen spitzer gebrauch ich verfeinertes holz das war das ding holz hatte ich glaube vielleicht was macht man hier meine ein feuersteinball drin was macht das hier drin soll ich denn ernst ok 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 holz ich brauche holz ich brauche holz vor meiner hütte da ich machen dann gehe ich mal erst mal komplett alles zu saaten öl machen ich kann nichts machen essen 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 das muss raus das kann raus was ist noch essen ameisen kopf raus dann machen wir hier noch mal ein bisschen von den arten was wäre denn das erste was man so bauen sollte eisenspitzhacke oder eisenschwert stoffstücke stoffstücke geht das sollte doch kein problem sein warte habe ich denn da ist das aber links um es war ein stoffstück nähert die ihnen weder nie das ist das ist das ist die gerbereiche stoffstücke ok gucken wir nochmal was kann ich jetzt machen ganz viel eisenaxt die kann klingen schaden ja ist aber nicht zum ernten hier brauche ich mehr eisenwaren ja das wäre natürlich klingen schaden wäre natürlich gut langfall nie eisenspitzhacke gibt es nicht so ein eisen links ums nicht okay was sollte ich denn machen jetzt ein schwert vielleicht vielleicht macht halt klingen schaden 24 bis 33 mein klingen schaden ist das ding das macht 20 bis 30 okay moment mal was fehlen denn finde wir den eisen haben da fehlen faser garn das geht ja dafür tölpel oberschengel knochen das wird gehen okay 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 also ich brauch tölpel genau er ist der kiste da war er drin okay 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 so was fehlt noch um alles zu bauen das wird so schnell nix werden doch feuer steigen ich habe kein eisen mehr okay morgen stern fehlt auch faser garn und echsen klau ok eisen haben kann ich machen mit faser garn faser garn faser garn faser garn vor faser das war jetzt faser garn fein aber mein inventar ist total überfüllt aber okay die faser kriegt noch hin irgendwie wenn ich wüsste wo sie sind man kann die kisten hat leider nicht benennen ach ist das kacke so geht es jetzt okay 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 die spitzhacke wäre okay aber ich kann ja auch mit den anderen dingern ja farm vielleicht mal so ne okay bedeutet ich bräuchte eigentlich waffen eisen axt klingenschaden ist klar eisenschwert klingenschaden 24 bis 33 24 32 kritische trefferschance 5 prozent 5 prozent ausdauer 20 prozent ausdauer 20 prozent block kraft 7 block kraft 7 es ist das gleiche als ein schwert oder axt ist das gleiche ok langfall werde ich nicht machen eisenhammer stumpferschaden und was macht mein dingens da schaden 16 eisenhammer hier stumpferschaden 39 bis 45 hier habe ich 16 bis 18 also der hammer würde schon mal ja sind ergeben hier habe ich den tölpel streitkolben der macht stumpfschaden 24 bis 33 24 bis 33 ok war der hammer macht 39 bis 45 24 bis 33 ansonsten ist es irgendwie gleich macht er irgendwie einen anderen schaden der hammer ist doch besser wie warum sollte ich denn den bauen ok eisenspitzer gehärmter schaden 80 gerade das wird sind mal geht nicht hallo ja inventar voll und manchmal so ok ein bisschen inventar frei gemacht also wie gesagt die eisenspitze macht für mich ergibt sinn weil wo man sterbe ich jetzt hilfe ja vielleicht sollte ich mal was essen kann man jetzt weiter machen ok so meine normale spitze gemacht was an der schaden 40 und wie riesen spitzer gemacht was anders schaden 80 auch die die kommt natürlich 11 er kommt auf die fünf dann packe ich jetzt mal die dornen spitzhacke hier hinten in die kiste und zwar die dornen spitzhacke okay gut was kann ich noch nichts mehr ich habe noch eine eisenspitze geboren okay ich hätte gerne eisenhammer was fehlt eisenbarren ja okay das ja würde ich dann in der nächsten folge machen dann sind wir wieder am farm tut mir leid aber ist halt so wie es ist damit danke ich mich fürs zuschauen und ja habt euch gut und tschüss